So, dann machen wir das Bett, das stellen wir dann direkt mal, auch stellen wir es mittig hier hin, dann kommen die zwei Truhen, das stellen wir mal hier in die Ecke, so, da kann ich ja erstmal wieder alles abladen, schnell rüber rennen, das Brot holen, die Eier, Kürbis, so, Brot und den Rest holen natürlich auch noch, ja, ich hätte mir doch glaube ich Themen, über die ich irgendwie reden könnte, vorbereiten sollen, weil das ist doch schon etwas, glaube ich, langweilig sonst für den Zuschauer, hauen wir die mal schnell mit der Hand ab, so, und die geht glaube ich schneller mit der hier abzuhauen, genau, und du, die Tür hauen wir dann auch mal noch schnell mit der Hand ab, und schon sind wir umgezogen quasi, Halt, Tür, da kann ich eigentlich auch noch schnell mit Pressure Plate hin machen, da machen wir das mal in die Ecke, so, äh, Holz, Holz, äh, wie waren die noch mal, zwei, ja, so, Wahnsinn, hm, jetzt kommt man hier auch schön raus, äh, raus, gut, unsere neue, geräumigere Behausung, so, auf dem Feld sehe ich schon wieder, ist schon wieder was reif, was machen wir jetzt mit der alten, bitte hier, machen wir erstmal die Fackeln ab, so, ach komm, sind wir mal nicht so geizig, und hauen hier alles mit der Schaufel weg, also Minecraft, ich weiß nicht, ob das mein einzigstes Let's Play bleibt, ich habe noch Arbeit nebenher, von daher wird es ein bisschen knapp mit anderen spielen, da habe ich mir überlegt, machst du ein bisschen Minecraft nebenher, ob, ob ich irgendwie andere Spiele Let's Play, weiß ich noch nicht, ist einfach zeitlich eher immer schlecht, wenn man noch voll arbeitet nebenher, ähm, so sich mal samstags, ein, zwei Stunden hinsetzen, und Minecraft spielen, das ist eigentlich kein Problem, um das aufzunehmen, kann man ja dann schneiden, und schön in Stücken raushauen, weiß noch nicht, was ich noch Let's Play werde, wobei eigentlich sollte ich das ja eher Let's Fail nennen, wie gesagt, ich bin nicht wirklich der beste Spieler, den es gibt, so, dann, ach, warum habe ich das jetzt eigentlich, ach ja, wieder abgelenkt vom Schwätzen, die Seeds lasse ich erstmal drin, dann nehmen wir die nochmal mit, dann erstmal das hier, Brot noch rein, und ich muss da, ich glaube, da werde ich dann eine größere Anlage hinbauen, um Korn abzubauen, da ist noch eins wieder reif geworden inzwischen, da können wir es dann gleich auffüllen, dann haben wir noch 3, 2, 3, 1, 2, 3, so, wird doch schon ganz gut unser Feld, so, dann kann man hier eigentlich noch ein paar Bäume wieder hinpflanzen, wo jetzt das alte Haus stand, die alte Baracke, wird auch schon wieder langsam Abend hier, so, und mal schauen, wahrscheinlich mit Redstone mache ich vielleicht noch ein bisschen was mit rum, habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, je nachdem, wie lange ich dieses Let's Play überhaupt laufen lasse, je nach Erfolg, je nach, was weiß ich, weil es zieht einen, glaube ich, auch runter, wenn man immer nur negative Votes kriegt, und, ja, da hat man dann gar keine Lust mehr zu, zu spielen, und das anderen zu zeigen, was man da gemacht hat, so, was könnte ich denn dann hier noch bauen, hm, der kreativste bin ich ja auch nicht unbedingt, das möchte ich aber am besten, am liebsten zu haben, eigentlich sitzt der Eingang so total blöd da am Wasser, gucken, vielleicht machen wir hier den, den See ein bisschen, kleiner, was ich aber auf jeden Fall machen will, ein bisschen häuslicher hier machen, ein bisschen Licht, zeigen, dass da einer wohnt, Fenster könnte man vielleicht auch noch irgendwie, ein bisschen Sand haben wir ja, drei, ah, mal schauen, gut, ich weiß es nicht, wie lange ich schon aufnehme, es müsste aber auf jeden Fall schon über eine Stunde sein, ich habe aber jetzt gerade so einen fusseligen Mund, und werde mir überlegen, was ich für die nächsten Folgen noch machen werde, und mache jetzt mal eine kurze Aufnahmepause, indem ich da ins Bett gehe, und die Aufnahme beende, Tschüss. Tschüss.